Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute ist Patch News Day. Heute Abend wird es neue Patch News geben zu Diablo 4, zu Season 4. Ihr kennt das ja, in der Mitte einer Season, das hat mit Season 3 angefangen und wird es mit Season 4 fortgesetzt, gibt es immer ein Mid-Season Update. Und dieses Update wird heute Abend schon in den News geben und nächste Woche, im Laufe der Woche, wird es dieses Update schon geben. Und in dem Update werden natürlich Klassen-Balance-Änderungen drin sein. Ich bin sehr gespannt, ob da was am Heap geändert wird oder am Barb allgemein. Ob der Magier ein bisschen verstärkt wird, aber das sehen wir dann heute Abend alles in den Patch News. Und natürlich auch Game Mechanics und ich gehe auch stark davon aus, dass wir wieder ein paar neue Items bekommen, wie es in der letzten Season schon war und auch der Season davor. Mit den Ringen und dem Schmuck, mit den Warschamparts und mit den neuen legendären Aspekten von den Vampir-Fertigkeiten. Denke ich mal, dass jetzt auch irgendwas reinkommt, könnt ihr euch vorstellen, aus Season 3. Außerdem, ganz interessant, es ist ja relativ früh für Season 4 mit Season Patch. Das liegt daran, dass wir für Season 5 wieder ein PTA bekommen. Einen Test-Server, wie auch für Season 4, Loot Reborn, ihr erinnert euch. Der Server, Infos haben wir dazu noch nicht, wann der an den Start geht. Aber es wird einen Campfire-Chat geben, der sich um Season 5 dreht. Der kommt dann nach dem Mid-Season-Patch, der nächste Woche erscheint. Der wird dann genau heute in einer Woche, also nächste Woche Freitag stattfinden. Genau an dem Tag, wo auch der DLC von Elden Ring rauskommt. Also für mich auf jeden Fall sehr viel Content für euch, sehr viel, was auf euch einprasselt. Bin ich sehr gespannt, wann der PTA an den Start geht. Ob der wirklich direkt an den Start geht, ob der wieder nur eine Woche da ist, ob der nur für PC-Leute dabei ist. Das werden wir dann alles nächste Woche erfahren. Aber sehr, sehr krasse News. Und dann kommt ja auch noch im Juli schon wieder ein Livestream, wo wir dann das erste Mal die neue Klasse in Action sehen werden. Also jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag in Diablo. Für die Leute, die sich wundern, wieso das Mid-Season-Update jetzt schon so früh kommt. Ich hatte es gerade schon angeschnitten. Aber es liegt natürlich daran, dass man im PTA für Season 5 schon einige Änderungen drin hat. Und damit die Leute sich nicht wundern, ey, wieso ist denn im PTA-Dinger anders, als es jetzt gerade ist, zieht man quasi den Mid-Season-Patch vor dem PTA. Ich gehe also stark davon aus, dass der PTA schon nächste, übernächste Woche am Start sein wird. Dann für Season 5, da bin ich sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Ich glaube zwar nicht dran, aber es ist möglich, in einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit, dass auch die neue Klasse im PTA spielbar sein wird, um die Klasse zu balancen. Und ja, schon mal zu zeigen, würde zumindest Sinn machen mit diesen ganzen Daten, weil ja am 2. Juli auch die Klasse quasi reviert wird und gezeigt wird, dass vielleicht dann im Anschluss der PTA läuft. Das ist natürlich alles viel Theorie, aber warfen wir heute Abend ab. Da wissen wir auf jeden Fall schon mal mehr. Und dann nächste Woche Freitag der PTA Season 5 Campfire Chat. Da bin ich auch sehr gespannt, was da drin vorkommt. Es sind auf jeden Fall sehr viele News, die da auf uns einprassen. Dann bin ich sehr gespannt, was da alles genau drin vorkommt. Ich hoffe sehr, dass bei der Balance-Änderung nicht zu viel angepasst wird. Ich finde die Balance aktuell eigentlich ganz gut, bis auf den Magier, der sehr, sehr weit hinterherhängt. Und auch der Druide ist aktuell nicht so stark, wie er sein könnte. Vor allen Dingen im Vergleich mit Jäger und den Barbaren. Sehr viele coole News. Wenn ihr da up-to-date sein wollt, ich werde euch morgen auf jeden Fall die Patch-Notes zusammenfassen. Da bin ich sehr gespannt, was da drin vorkommt. Und nächste Woche Freitag ist ja dann der PTA Season 5 Campfire Chat. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, natürlich auch ein Follow-Doer lassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was glaubt ihr, wird es im PTA schon eine neue Klasse zu spielen geben? Bin ich sehr gespannt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und ja, ansonsten würde ich gerne.